Willkommen, Brüder, zu der täglichen Terror-Convention. Warte mal, das ist nicht die Santa Claus-Convention? Nein, das ist die Terror-Convention. Kurz gesagt, T-T-C-T. Die Santa Claus-Convention ist in Halle 4. Okay, danke schön und viel Glück. Also, bevor wir anfangen, sind hier irgendwelche Amerikaner anwesend? Nein, nein, nein. Gut, denn wir müssen dieses Ding hier umbringen. Er ist irgendwo in Amerika und ich brauche zwei von euch, um ihn zu finden und töten. Also, Freiwillige vor. Ich nehme dich und dich. Ich reise heute schon nach New York, um ein Stück Bacon umzubringen. Ich reise nach New York, weil ich der allergrößte Fan bin. Ich kann es kaum glauben. Die Rechnung ist wieder so hoch. Ich glaube, ich brauche einen Job. So, wir sollten jetzt mal langsam Bang-Mail finden. Wir sollten irgendjemanden fragen. Entschuldigen Sie, könnten Sie uns vielleicht Auskunft darüber geben, wo wir Bacon finden? Später kann ich vielleicht Ihre Bestellung aufnehmen. Also, ich hätte gerne dieses Toast-Spezial. Wollen Sie irgendwas zu trinken haben? Das schmeckt ausgezeichnet. Ich frage mich, wer das gemacht hat. Entschuldigen Sie, könnten Sie mir sagen, wer dieses Delizios-Ess gemacht hat? Unser neuer Koch. Hallo? Hallaah! Aaaaaah! Ich denke, Ihnen hat es nicht geschmeckt. Bitte töte mich. Oh, typisch Bill. Tschüss! Untertitelung des ZDF, 2020